William K. Stewart, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und die Berliner Konferenz Die neuen Abenteuer, Folge 18 Erzählt von Rupert Pichler Im Herbst 1884 begleitete ich Holmes auf einer Mission im Auftrag der britischen Regierung, die uns nach Deutschland führte. Am 15. November desselben Jahres sollte in Berlin die internationale Kongo-Konferenz eröffnet werden, auf der sich die Groß- und Kolonialmächte über die jeweiligen Interessenssphären auf dem afrikanischen Kontinent verständigen wollten. Nach den unerfreulichen Erlebnissen im Zuge unserer Geheimmission in Brüssel einige Monate zuvor hatte ich allerdings schwere Bedenken, ob diese Unternehmung. Immerhin waren wir damals nur knapp dem unerquicklichen Schicksal entronnen, den Rest unseres Lebens in einem belgischen Kerker zu fristen. Doch Holmes ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen, zumal er sich auch vor seinem Bruder Mycroft keine Blöße geben wollte. Zwar stellte Holmes es mir frei, im sicheren Landen zu bleiben, aber es versteht sich freilich von selbst, dass ich nicht im Traum daran dachte, meinen Freund alleine auf diese Reise gehen zu lassen. Unser nur grob umrissener Auftrag bestand im Wesentlichen darin, der britischen Delegation als Rückhalt zu dienen. Schließlich hatten wir ja im Vorfeld die Erfahrung gemacht, dass manche ausländische Mächte zu allen, auch kriminellen Mitteln, sowie solchen der Spionagetätigkeit greifen würden, um die Absichten des Vereinigten Königreiches zu vereiteln. Insofern sollten wir aufmerksam im Hintergrund wirken, um jedwede Ungereimtheit zu bemerken, etwaige Sabotageaktionen aufzudecken und potenziellen Verschwörungen zuvor zu kommen. Gleichzeitig war jedoch der formelle diplomatische Anstand zu wahren, weswegen wir offiziell als strategisch-politische Berater unseres Delegationsleiters fungierten. Diesen kannten wir übrigens nur zu gut, denn es handelte sich um Edward Mollet, nun britischer Botschafter in Berlin, unmittelbar zuvor, auch während der bereits kurz erwähnten Ereignisse, in selbiger Funktion in Brüssel tätig. Natürlich waren wir also abermäßig inkognito unterwegs. Aufgrund der ausreichenden Vorbereitungszeit hatte sich Holmes einen professoralen Bart wachsen lassen und blinzelte durch eine mit gläsernen Einsätzen bestückte runde Brille, während ich, im Gesicht glatt rasiert, aber mit buschigen Koteletten auftrat. Adrett kostümiert bestiegen wir im Osten Londons unser Schiff, die HMS Doggerbank. Unsere Diplomatenpässe wiesen mich als Baron Linfield und Holmes als dem bürgerlichen Gelehrten und Afrikaforscher George Dalton aus. Um dem belgischen Territorium auszuweichen, hatten wir uns gegen die unmittelbare Überfahrt des Ärmelkanals entschieden und stattdessen die längere Passage über die südliche Nordsee bis nach Hamburg in Kauf genommen. Die Fahrt verlief weitgehend ereignislos. Ich hatte Holmes diesmal mit einem ausreichend erprobten Mittel gegen Seekrankheit ausgestattet, weswegen es meinem Freund möglich war, unter Deck zu bleiben und sich in kolonialpolitische Papiere zu vertiefen, die der Vorbereitung dienten. Ich für meinen Teil verbrachte viel Zeit am Bug des Schiffes, den Blick nach vorne gerichtet und trotzte der rauen See, die mir Windböen und Salzwasser entgegenschleuderte, begleitet von der unerfreundlichen Novemberkälte. Das Wissen, im Auftrag des Empires, von Königin und Vaterland unterwegs zu sein, beseelte mich mit einem eigenartigen patriotischen Stolz, der mich die Gefährlichkeit der Unternehmung vergessen ließ. Sie mögen nur kommen, die verschlagenen Feinde der Krone, Franzosen, Deutsche, Russen, Belgier, Niederländer, Amerikaner. Ich würde Ihnen widerstehen, wieder vor der Stephen unseres Fahrzeuges dem heftigen Wellengang. Der direkte Kurs auf die Elbemündung führte stetig nach Ost-Süd-Ost. Weniger als 100 Seemeinen vor der deutschen Küste passierten wir die Insel Helgoland. Seit den Napoleonischen Kriegen stand dieser eigentümliche Felsen, mitsamt seiner überschaubaren Einwohnerzahl, unter britischer Verwaltung und war ein ständiger Zankapfel zwischen dem Vereinigten Königreich und den nicht gänzlich unberechtigten deutschen Ansprüchen. Zwar waren sich die nordfriesischen Einheimischen selbst nicht ganz sicher, ob sie wirklich Deutsche sein wollten, doch am deutschen Festland verband man geradezu mythologische, urgermanische Vorstellungen mit der kleinen Nordseeinsel, die durch Nationalismus und Reichsgründung weiter befördert wurden. Bald erreichten wir das trichterförmige Delta der Elbe. Wir passierten Cuxhaven an der südlichen Küste und fuhren in die Flussmündung ein, die aufgrund ihrer Tiefe ein Weiterkommen bis an den Stadtrand von Hamburg ermöglichte. Obwohl also eigentlich streng genommen ein Flusshafen, hatte die imposante Anlage eine beträchtliche Ausdehnung angenommen und war, ironischerweise, Deutschlands größter und wichtigster Seehafen, sowohl für Gütertransporte als auch Reisende. Hier legten täglich unzählige Handelsschiffe mit Waren von allen Kontinenten an. Umgekehrt konnte man ein Passagierschiff besteigen, das einen direkt nach New York, Buenos Aires oder Yokohama bringen würde. Wenn gleich natürlich nicht mit Liverpool vergleichbar, so war Hamburg doch offenkundig Deutschlands Haupttor zur Welt. Nur die kaiserliche Kriegsmarine bevorzugte die Stützpunkte Wilhelmshaven und Kiel. Während des Anlegevorgangs verschwand ich kurz unter Deck, um standesgemäß meinen Adjutanten Mr. Dalton anzuweisen, unser Gepäck aus der Kabine und nach oben zu schaffen. Wobei ich mir als englischer Aristokrat nicht zu gut war, dem Gemeinen dabei immerhin die Tür aufzuhalten. Im Vorbeigehen murmelte Holmes dennoch irgendetwas von Adelsprivilegien, Revolution und freien Bürgerrechten. Auch vermeinte ich das Wort »Guillotine« gehört zu haben, was Holmes später jedoch vehement abstritt. Wie dem auch sei, an Deck übernahmen ohne dies die Seeleute unsere Koffer und brachten sie von Bord. Am Dock wartete ein Karren, den ein tüchtiger norddeutscher Hafenarbeiter für uns ohne allzu große Mühe in Richtung Berliner Bahnhof zog, der in unmittelbarer Nähe des Oberhafens lag. Die direkte Zugverbindung zwischen Hamburg und Berlin, den größten deutschen Städten, wenn man das österreichische Wien nicht mitrechnet, bestand schon seit 1846 und war ein Prestigeobjekt der preußischen Staatseisenbahnen. Dementsprechend waren mehrere Ausbaustufen vorgenommen worden und die schnellsten Lokomotiven kamen auf dieser Strecke zum Einsatz. Und so dauerte die Fahrt vom deutschen Tor zur Welt ins politische Machtzentrum des Deutschen Reiches nur noch viereinhalb Stunden, in denen die rund 180 Meilen Entfernung zurückgelegt wurden. Als bedeutende britische Diplomaten waren wir selbstverständlich, es musste ja der Schein gewahrt werden, in einem regelrechten Luxusabteil untergebracht, in dem Edelhölzer, Marmor, Kristallglas, Samt und Leder kunstvoll verbaut worden waren. Trotz der verhältnismäßig kurzen Reisezeit hatten wir bequeme Betten, einen beleuchteten Schreibtisch und fließend Wasser in unserem rollenden Appartement und immer noch ausreichend Platz. Aktuelle Tageszeitungen in deutscher, französischer und englischer Sprache lagen auf. Das Zugpersonal servierte Kaffee und Tee sowie belegte Brötchen mit Lachs und Garnelen. Ansonsten achtete man beinahe betantisch auf unsere Privatsphäre und ließ uns alsbald allein. Wie abscheulich, rief Holmes plötzlich und stellte seine Teetasse auf das Beistelltischchen neben den Betten. Welch unmenschliche Grausamkeit! Ich musste ihm beipflichten. Da haben Sie recht. Die Verschwendung von Platz und Geld bei der Einrichtung solcher Abteile geht auf Kosten der einfachen Menschen, die weiter hinten im Zug dicht gedrängt auf harten Holzbänken sitzen müssen. Ach was! erwiderte Holmes genervt. Ich spreche doch vom Tee. Irgendein deutscher Dilettant hat meinen Earl Grey zu lange ziehen lassen. Vier Minuten! Kann das denn so schwierig sein? Kulturlose Banausen sind das! Aber aber, mein lieber Holmes, entgegnete ich mit einem Schmunzeln, nachdem ich einen Schluck von meinem tadellosen Kaffee genommen hatte. Urteilen Sie hier nicht ein wenig zu pauschal über ein Volk, das immerhin Kant und Hegel, Goethe und Schiller, Beethoven und Wagner hervorgebracht hat? Wagner? fragte Holmes beinahe empört. Erinnern Sie mich bloß nicht an diesen Kerl. Wenn der als Gewehrsmann für die deutsche Kulturnation herhalten soll, dann ist der Rückfall in die Barbarei garantiert und nur eine Frage der Zeit. Möge er in seinem albernen Walhalla schmoren. Auch ich entsann mich wieder unserer Begegnung mit dem bereits betagten Richard Wagner im Zuge eines unserer ersten Auslandsfälle, der uns damals nach Venedig geführt hatte. Tatsächlich konnten wir wenig Gutes über seine Person sagen. »Und die anderen?« »Meinte ich.« »Die werden Sie doch wohl getten lassen.« »Meinetwegen«, knurrte Holmes. »Aber Herr Goethe ist bedauerlicherweise nun mal nicht hier, um einen Tee zu bereiten.« Ich musste lachen und auch Holmes schien seinen Humor wiedergefunden zu haben. »Nun gut«, setzte er fort. »Ich werde das nächste Mal einfach Bier in einem germanischen Trinkhorn bestellen, dann sollte es keine Probleme geben. Wir wollen die restliche Fahrzeit nun lieber dafür nützen, um uns auf die Konferenz vorzubereiten. Ich habe die Unterlagen durchgesehen, jedoch einige Punkte gefunden, die ich gerne mit Ihnen erörtern würde.« Holmes war bekanntermaßen nicht gerade ein Experte in internationaler Politik und Diplomatie, weshalb ich ihm gerne einige Fakten, Zusammenhänge und Hintergründe darlegte. Ich will diese Punkte auch hier kurz zusammenfassen. Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck hatte zu einer internationalen Konferenz, die landläufig als Kongo-Konferenz betitelt wurde, nach Berlin geladen. Diplomatische Delegationen der fünf europäischen Großmächte Frankreich, Deutschland, Russland, Österreich und selbstverständlich Großbritannien kamen gemeinsam mit den mehr oder minder kolonialpolitisch engagierten Staaten Belgien, Niederlande, Spanien, Portugal, Italien, Schweden und Dänemark sowie dem gerade im Zerr- und Verfall befindlichen Osmanischen Reich zusammen. Ebenfalls beigezogen waren, erstmals in solcher Runde, die Vereinigten Staaten von Amerika. Das vordergründige Thema der Beratungen behandelte die Handelsfreiheit an den afrikanischen Flüssen Kongo und Niger. In Wirklichkeit ging es jedoch um wesentlich mehr, nämlich um nicht weniger als die regelrechte Aufteilung Afrikas. Hierfür wurden Interessenssphären abgesteckt, Verträge und Vorverträge vor Ort erzwungen, offizielle und geheime Allianzen geschmiedet, militärische und Handelsstützpunkte errichtet. Eine Kernfrage der Konferenz sollte die Anerkennung des belgischen Kolonialbesitzes im Inneren des Kongo-Beckens sein, von dem andere Ansprüche, etwa die angestrebte britische Nord-Süd-Verbindung, abhinge. Frankreich und Österreich waren geneigt, den Wünschen von König Leopold entgegenzukommen, allein um das Empire im Zaum zu halten. Ähnliches galt für die Deutschen, wenngleich Bismarck versuchte, sich als ehrlicher Makler zu inszenieren. Alle anderen bemühten sich um die Brotkrumen und den einen oder anderen Vorteil als Trittbrettfahrer, wobei die Ambitionen der südeuropäischen Staaten offenbar auch darüber hinausgingen. Ihnen fehlte es jedoch an politischer, militärischer und finanzieller Durchsetzungskraft. Die Türken bemühten sich verzweifelt um den Erhalt ihrer Herrschaftsgebiete, die vielerorts, etwa in Ägypten, ohne dies nur noch auf dem Papier bestanden und die Russen wollten vor allem von ihren transkaukasischen und zentralasiatischen Unternehmungen sowie von ihren Destabilisierungstrategien am Balkan ablenken. Und die Amerikaner hatten in Wahrheit wenig übrig für Afrika, wollten sich durch ihre Präsenz jedoch als globaler Spieler etablieren und im Gegenzug die westliche Hemisphäre als ihren Hinterhof institutionalisieren. An der ungehinderten Nutzung des Suezkanals hatten schließlich alle ein gemeinsames Interesse, doch diese Angelegenheit würde auf einen späteren Kongress in Konstantinopel vertagt werden. Die Kongo-Konferenz sollte am nächsten Tag, am 15. November 1884, im Reichskanzlerpalais in der Berliner Wilhelmstraße eröffnet werden. Sie würde erst am 26. Februar 1885 mit einer Generalakte geschlossen werden, aber das wussten wir zum Zeitpunkt unserer Anreise natürlich noch nicht. Die Machtbalance und das Interessensgleichgewicht auf der Konferenz waren grundsätzlich fragil. Der koloniale Platz hier Großbritannien zog viel Unmut auf sich, dem aufschrebenden Deutschland schlug mitunter Misstrauen entgegen, Die Vielvölkerstaaten Russland, Österreich und Türkei kämpften mit den existenziellen Fragen und Problemen. Die kleineren Länder bemühten sich als Juniorpartner um Bündnisse. Jeder war auf seinen Vorteil bedacht und sollte man keinen erreichen, so wollte man zumindest einen etwaigen Vorteil eines anderen unterbinden. In dieser Konstellation war natürlich auch ausreichend Raum für Geheimdiplomatie und inoffizielle Verabredungen, aber auch für Verschwörung und regelrechte Sabotage. Dies waren die Bedingungen, unter denen Holmes und ich am Vorabend vor der Konferenz nach Berlin kamen. Am frühen Abend erreichte unser Zug den Leather Bahnhof im Berliner Stadtteil Moabit, der als Kopfbahnhof die Endstation bildete. Von hier aus ging es mit einer Kutsche direkt in die britische Botschaft, die sich, wie der Tagungsort der Konferenz, in der Wilhelmstraße im Stadtzentrum befand. Tatsächlich war es nur ein kurzer Fußweg zwischen dem Reichskanzlerpalais auf Haus Nummer 77 und der Gesandtschaft ihrer Majestät im Gebäude mit der Nummer 70. Unser Botschafter Edward Mollet begrüßte uns freudig, zumal er uns seit den verhängnisvollen Brüsseler Ereignissen nicht mehr gesehen hatte. Außerdem fand er Gefallen an unserer Verkleidung, die er als geradezu makellos bezeichnete. Dann machte er sich bereits auf den Weg ins Palais, wo heute Abend ein diplomatischer Empfang anlässlich der am nächsten Tag beginnenden Konferenz stattfand. Holmes und ich wurden einstweilen von einem Botschaftsmitarbeiter in unsere Unterkunft gebracht. Für Baron Leinfeld und Mr. Dalton war eine Suite im Hotel Reichshof reserviert, direkt neben der britischen Botschaft auf Haus Nummer 70a, wo aber auch die meisten anderen Delegationen untergebracht waren. Wir machten uns frisch und begaben uns dann ebenfalls ins Kanzlerpalais. Wie sich herausstellen sollte, war der diplomatische Empfang ein regelrecht gesellschaftliches Ereignis. Alles, was in Berlin und Umgebung Rang und Namen hatte, war zu dieser Festivität erschienen. Adelige Damen und Herren, Politiker, Wissenschaftler, Künstler, Landbesitzer und Unternehmer. Bismarck ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung höchstpersönlich und im Namen von Kaiser Wilhelm zu eröffnen. Es gab ein üppiges Mal. Champagner und schließlich Tanzmusik aus Wien. Offenbar sollte der Kongress mit einem Fest beginnen. Den einzelnen nationalen Delegationen waren einige Tische zugewiesen worden. Mallet zeigte uns unauffällig die wichtigsten Personen, die ab morgen über Afrika beraten sollten. Ich machte mir ein paar Notizen, während Holmes anscheinend alles direkt in seinem Gedächtnis archivierte. Danach mischten wir uns unter die Gäste, um uns mit dem einen oder anderen auch persönlich bekannt zu machen. Der Umgang war förmlich, durchwegs höflich und alle Menschen, denen wir uns als Delegierte ihrer Majestät vorstellten, schienen unsere falsche Identität und unsere Verkleidung nicht zu bemerken. Da wir ein wenig ermüdet von der Anreise waren, verließen wir etwa um halb elf die Feier, die zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange war. Mallet war der Meinung, dass heute bestimmt nichts mehr passieren würde und entließ uns, damit wir morgen frisch und munter wären. Er selbst blieb jedoch noch im Palais. Nachdem wir wieder im Hotel waren, gingen wir rasch zu Bett. Unsere Suite beinhaltete zwei getrennte Schlafzimmer, in die wir uns nach der Abendtoilette zurückzogen. Ich schlief bald ein und auch Holmes dürfte es ähnlich ergangen sein. Morgen würde wohl viel Arbeit auf uns warten, die höchste Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert. Durch heftiges Klopfen an der Gangtür wurde ich geweckt. Ich stieg aus dem Bett, ging zum Fenster und schob den Vorhang ein wenig beiseite. Es war noch dunkel draußen. Als ich bei Lichter meine Taschenuhr gefunden hatte, stellte ich fest, dass es erst sechs Uhr morgens war. Die Konferenz sollte am frühen Nachmittag beginnen, das heißt, es gab keinerlei Anlass für derartige Eiler. Trotzdem verließ ich mein Schlafgemach, durchquerte das Wohnzimmer und ging zur Tür, die noch immer mit den Fäusten bearbeitet wurde. Als ich sie öffnete, war meine Überraschung groß. Vor ihr standen zwei uniformierte preußische Wachmänner mit ihren charakteristischen Pickelhauben. Nicht schon wieder, murmelte ich, während Holmes inzwischen ebenfalls aus seinem Schlafzimmer kam. Ich drehte mich um und meinte, ziehen Sie sich an, wir sind wohl verhaftet. Doch von draußen am Gang erklang eine tiefe Stimme mit den Worten, nichts dergleichen, meine Herren. Im nächsten Moment stand Otto vom Bismarck zwischen den beiden Polizisten. Verzeihen Sie die frühe Störung, sagte er. Darf ich wohl eintreten, Lord Linfield? Ohne meine Antwort abzuwarten, schob mich der deutsche Reichskanzler beiseite und bahnte sich den Weg in unsere Räumlichkeiten. Nehmen Sie Platz, meine Herren, befahl er und deutete auf den runden Tisch in der Zimmermitte. Wir entsprachen der Anordnung und setzten uns. Bismarck selbst blieb stehen, während die beiden Wachmänner die Tür von außen schlossen. Ich will offen mit Ihnen sprechen, setzte der Kanzler fort. So wie es aussieht, benötige ich Ihre Hilfe. Tut mir leid, erwiderte Holmes ruhig. Aber wir sind nicht befugt, bilaterale Vereinbarungen zu treffen. Sie müssen mit unserem Delegationsleiter Mr. Mallett sprechen. Wir haben nur beratende Funktion. Ihrer bedarf es auch, antwortete Bismarck ungerührt. Sie sind doch beratender Detektiv, Mr. Holmes, nicht wahr? Man hatte uns also tatsächlich enttarnt. Mir wurde übel und ich vergrub mein Gesicht in den Händen. Holmes zog eine Augenbraue nach oben und entgegnete Das ist eine Verwechslung. Mein Name ist Professor George Dalton und dies ist seine Lordschaft Baron Linfield. Bismarck seufzte. Dann setzte er einen beinahe bedrohlichen Blick auf. Beleidigen Sie nicht meine Intelligenz, Mr. Holmes und unterschätzen Sie niemals die preußische Geheimpolizei. Sie wussten, dass Dr. Watson und ich inkognito als Teil der britischen Delegation anreisen würden, fragte Holmes. Natürlich, erwiderte der Kanzler, schon bevor Sie in London an Bord der HMS Dogger Bank gegangen sind. Dann habe ich wohl den Geheimdienst Ihrer Majestät überschätzt, meinte Holmes. Aber worum geht es hier wirklich? Sie haben uns doch nicht in aller Herrgottsfrühe geweckt, um eine diplomatische Krise herbeizuführen. Bismarck atmete tief durch und setzte sich doch noch zu uns an den Tisch. Es ist mir völlig egal, begann er dann mit einer Art versöhnlichem Ton. Welche vermeintlichen Experten die verschiedenen Delegationen im Geheimen mitbringen? Wir kennen ohne dies alle. Unsere Spionageabteilung ist allen konkurrierenden Nachrichtendiensten überlegen. Sie haben recht, Mr. Holmes, es geht um etwas anderes. Wie ich schon sagte, benötige ich Ihre Hilfe. Meine Hilfe als Detektiv, vermutete Holmes. So ist es, bestätigte der Kanzler. Es ist etwas vorgefallen, mutmaßlich ein Verbrechen oder zumindest eine Sabotage-Aktion. Es ist aber kaum denkbar, dass unsere Polizei ermittelt. Das würden die Delegationen nicht hinnehmen. Sollte aber ein weithin anerkannter Detektiv von Weltruhm sich der Sache annehmen, so könnte man auf das nötige Entgegenkommen der diplomatischen Kreise rechnen. Der Vorfall bezieht sich also auf die Konferenz, stellte Holmes fest. Bismarck nickte. Ja, in der Tat, sagte er langsam. Und die Angelegenheit ist daher auch von größter Brisanz. Wenn wir den Fall nicht bis zur Öffnung aufklären können, so müssten wir die Beratungen womöglich absagen. Daher meine Bitte an Sie, übernehmen Sie die Ermittlungen. Und wenn wir uns weigern, warf ich ein. Nun, Dr. Watson, erwiderte Bismarck, Sie können auch gerne wegen Spionage in einen Steinbruch im Erzgebirge verfrachtet werden, wenn Sie dies vorziehen. Wir sind Diplomaten, protestierte ich. Mit falschen Papieren, entgegnete der Kanzler. Sie sind vielmehr Betrüger und Spione. Diplomatische Konventionen gelten für Sie daher nicht. Bevor ich noch etwas sagen konnte, was uns weiter in die Bredouille bringen würde, übernahm Holmes wieder das Wort. Nun sagen Sie uns doch endlich, was genau geschehen ist. Wir müssen doch wissen, um was für einen Fall es sich handelt. Gewiss, antwortete Bismarck. Doch wir wissen es eigentlich selbst nicht Es könnte sich um eine Entführung handeln oder im schlimmeren Fall um einen Mord. Tatsache ist jedenfalls, dass ein bedeutender Konferenz Teilnehmer spurlos verschwunden ist. Holmes Interesse war schlagartig geweckt. Er lachte kurz auf und meinte dann, das gefällt mir, wir übernehmen den Fall, um welche Persönlichkeit handelt es sich denn? Es geht um Graf Emmerich Segeny, erklärte Bismarck, österreichischer Delegationsleiter und kaiserlich-königlicher Botschafter in Berlin. Er ist nach dem Galaempfang nicht hierher ins Hotel zurückgekehrt. Sein Adjutant hat uns informiert. Und nun drohen die Österreicher auch noch mit ihrer Abreise, wenn die Sache nicht umgehend geklärt und Graf Emmerich unbeschadet wieder gefunden bzw. befreit wird. Damit würde die Konferenz scheitern, noch bevor sie begonnen hat. Die Österreicher? fragte ich verwundert. Haben sie denn ihre eigenen germanischen Brüder nicht im Griff? Ach was German! rief Bismarck genervt. Graf Emmerich, besser gesagt Grovimre, entstammt dem ungarischen Landadel. Dem Wiener Hof gefiel wohl der Spaß, uns als Gesandten einen Zigeuner Baron aus der panonischen Steppe zu schicken. Das haben sie absichtlich getan, um uns zu ärgern. Und jetzt haben wir den Salat. Schöne Brüder sind das. Ich sage Ihnen ehrlich, ich bin es leid, für diese ebenso unzuverlässigen wie präpotenten Österreicher, immer das Kindermädchen zu spielen. Aber in diesem Fall hilft es nichts. Wir müssen Graf Emmerich finden, es steht viel auf dem Spiel. Ich konnte mein Amüsement über den gehrenden germanischen Bruderzwist kaum verbergen, während Holmes ruhig meinte, ich verstehe. Graf Emmerich nahm also gestern Abend an der Feierlichkeit im Kanzlerpalit teil. Dafür gibt es ausreichend Zeugen. Und Dr. Watson und ich selbst gehören sogar dazu. Mr. Mallet hat uns den Herren mehr oder weniger kurz vorgestellt. Als wir den Empfang verließen, um zehn Uhr und dreihundreißig Minuten, war der Graf noch vor Ort, da bin ich mir sicher. Er hielt gerade lautstark eine Rede über etwas, was er den Husarenstreich nannte. Ja, natürlich, knurrte Bismarck, dieser impertinente Kerl. Immer wenn er sich ausreichend Mut angetrunken hat, erzählt er von diesem angeblichen Heldenstück aus dem Siebenjährigen Krieg. Am 16. Oktober 1757 am österreichische Truppen, obwohl zahlenmäßig unterlegen, für einen Tag Berlin besetzt. Das hält uns Graf Emmerich gerne vor, aber für uns Preußen ist das eine ehrenrührige Beleidigung. Entspricht die Geschichte denn nicht der Wahrheit? fragte ich, da ich diese militärhistorische Episode durchaus kannte. Die Österreicher haben uns damals reingelegt, erwiderte Bismarck, dem die Zornesröte ins Gesicht stieg. Den fällt jeder Soldaten Ehre eine Unverschämtheit Sondergleichen. Nun ja, meinte ich gelassen, es war wohl eine legitime Kriegslist, durchaus klug erdacht und mutig ausgeführt. Die damalige Aktion von Feldmarschan Leutnant Hadig steht meines Erachtens eher in der Tradition ihres heroischen Germanen Fürsten Arminius, der im Deutoburger Wald, der Reichskanzler unterbrach mich scharf. Dr. Watson, rief er, sie mögen am Hindu Kusch in den Reihen der tapferen britischen Infanterie gegen Kamelhirten gekämpft haben, doch ihre fragwürdigen militärstrategischen Betrachtungen und historischen Analogien sind hier deplatziert. Ich möchte nachdrücklich darum bitten, sich wieder dem Fall zuzuwenden. Natürlich, sagte Holmes sofort. Dr. Watson wollte gewiss nicht die glorreichen Schlachten der Keruske und Preußen herabwürdigen. Indessen wollen wir jedoch einen möglichen Streit ob des Husanstreichs im Hinterkopf behalten, wenngleich ich nicht annehme, dass hier das Motiv zu finden ist. Wie dem auch sei, Tatsache ist, um halb elf waren Graf Emmerich noch vor Ort im Palais. Was wir nun tun müssen, ist den darauf folgenden Zeitraum rekonstruieren. Mit wem hat der Graf gesprochen? Was wurde gesprochen? Wer hat ihn zuletzt wo gesehen? Wer will der österreichischen Delegation schaden? Wer die Konferenz insgesamt sabotieren? Dies sind die Fragen, die uns zu beschäftigen haben. Bismarck hatte sich wieder beruhigt und erwiderte, es freut mich zu sehen, dass Sie derart systematisch vorgehen. Ich würde Folgendes vorschlagen, meine Herren. Lassen Sie sich ein Frühstück aufs Zimmer bringen und machen Sie sich bereit, hier an diesem Tisch die Vertreter der einzelnen nationalen Delegationen zu empfangen. Sie werden Ihnen Rede und Antwort stehen. Um sieben Uhr wollen wir beginnen, die Zeit drängt. Aber der osmanische Repräsentant ist ohne die sein Frühaufsteher. Nur eines noch, vielleicht wollen sie sich noch passender kleiden und auch ihre irritierenden Verkleidungen ablegen. Damit verabschiedete sich der deutsche Reichskanzler vorerst und ließ uns allein. Wir hatten uns gerade tagesfrisch gemacht, Holmes hatte sogar Zeit gefunden, sich zu rasieren und saßen bei unserem Frühstückstee, als ein Klopfen an der Tür unseren ersten Gast zur Vernehmung ankündigte. Bitte, rief Holmes, nur herein. An dieser Stelle möchte ich kurz einfügen, dass gemäß internationalen diplomatischen Gepflogenheiten die Konversationssprache Französisch verwendet wurde, freilich ausgenommen unsere Gespräche mit unseren eigenen britischen und dem amerikanischen Vertreter. Diese Sprache wurde von den diversen Repräsentanten mehr oder minder gut beherrscht und auch Holmes bereitete es freilich keine allzu große Mühe, eine Befragung auf Französisch durchzuführen. Aus Gründen der Einfachheit und Verständigkeit verzichte ich im Folgenden jedoch auf eine präzise Wiedergabe von Form, mancher Färbung und Akzente, da dies auch nichts zur Sache tut. Wir begrüßten also als ersten potenziellen Zeugen Mehmet Said Pascha, einen der ranghöchsten Teilnehmer der Berliner Konferenz. Er war groß wie sie und damit sozusagen Premierminister der Regierung des ottomanischen Sultans Abdulhamid II. In der Tat zeigte er sich bereits in diesen frühen Morgenstunden frisch und munter. Mit Stolz trug er eine anatolische Tracht. Ganz bewusst verweigerte er sich der konventionellen Kleiderordnung der europäischen Diplomatie, die auch tagsüber den Frack nach englischer Mode vorschrieb. Merhaba, begann Holmes. Ich hoffe, sie mussten für diese Unterredung nicht ihr Morgengebet verschieben. Das hätte ich niemals getan, erwiderte der Großvisier. Nichts könnte so wichtig sein, dass ich meine Pflichten gegenüber Allah vernachlässige. Ich verstehe, meinte Holmes und setzte dann fort. Sie wissen ja vermutlich schon, warum Sie hier sind. Wir untersuchen das Verschwinden von Graf Emmerich und wollen Sie hiermit um Ihre Mithilfe bitten. Said Pascha machte ein missmutiges Gesicht. Ich bezweifle zutiefst, dass ich ihnen in dieser Angelegenheit weiterhelfen kann. Mit diesen Herren hatte und habe ich nichts zu schaffen. Sie haben den Grafen auf dem gestrigen Empfang nicht gesehen? fragte Holmes. Doch natürlich, erwiderte der Großvisier. Seine lautstarken Ansprachen sind ja nicht zu überhören. Zudem erdreistete sich Graf Emmerich, die Vorzüge der österreichischen Verwaltung Bosniens und der Herzegowiner zu preisen. Er behauptete, man würde nur nach Jahrhunderten osmanischer Unterjochung die Bevölkerung befreien und aus dem finstersten Mittelalter holen. Eine unerhörte Frechheit. Ich verstehe nicht, wie dieser Mann dem diplomatischen Chor angehören kann. Es gab also Streit, vermutete Holmes. Eine Zurechtweisung, korrigierte Said Pascha. Trotz seines Alters benimmt sich der Graf bisweilen wie ein Kind, insbesondere wenn der Teufel des Alkohols aus ihm spricht. Er war betrunken und eine sinnvolle Diskussion erwies sich rasch als unmöglich. Um weiteren Beleidigungen zu entgehen, haben wir uns zurückgezogen. Die Österreicher haben generell schlechte Manieren. Ich bete dafür, dass sie zu Gottes Wahrheit finden. Wir haben uns daher erlaubt, der Delegation ein Geschenk zu hinterlassen. Holmes legte die Stirn in Falten. Ein Geschenk? wiederholte er. Ja, bestätigte der Großvisier. Einen kostbaren Druck des Heiligen Korans. Mögen die Österreicher darin Erleuchtung finden. Immerhin warf ich ein wenig gedankenlos ein. Ist dies eine subtilere Herangehensweise als die zweimalige militärische Belagerung Wiens? Wir erfüllen den Willen Gottes, erklärte Said Pasha. Wenn Gott will, dass die Osmanen über Europa herrschen, dann wird er es ermöglichen. Momentan sieht es aber eher so aus, setzte ich nach, als bevorzuge Allah die Zurückdrängung der Osmanen bis zum Bosporus. Das Reich des Sultans hat den Großteil seiner Besitzungen in Europa verloren und zuletzt auch Ägypten. Der Großvisier verlor ein wenig die Kontenanz. Als hier in Berlin 1878 der Balkan Kongress stattfand, wurden wir betrogen. Die Slaven, Griechen und Österreicher haben sich gegen die hohe Pforte verschworen und die Engländer helfen ihnen dabei. Sie okkupieren unser Land, zerstören unseren Glauben, unsere Kultur und unsere Lebensweise. Doch die Zeit des Zurückweichens ist vorbei. Nun übernahm Holmes wieder die Gesprächsführung. Wenn ich es richtig sehe, so hegen sie doch einen gewissen Groll gegenüber den Österreichern. Ein Anschlag auf Graf Emmerich und entscheidende Konferenz käme ihnen keineswegs ungelegen. Ich weine dem Grafen keine Träne nach, erwiderte Said Pascha offenherzig. Wenn er tot ist, so war es Gottes Wille und sein Wunsch nach Sühne für eine Reihe von Missetaten. Doch ich kann Ihnen versichern, Mr. Holmes, dass meine Delegation nichts mit der Sache zu tun hat. Wir sind Mörder. Wann haben Sie Graf Emmerich zuletzt gesehen? fragte Holmes nach einer kurzen Nachdenkpause. Wir verließen den Empfang etwa um drei Viertel Elf, antwortete der Großvisier. Die Veranstaltung war nichts für uns. Ungezügelter Alkoholkonsum, halbnackte Dirnen, Schmutzsühne und Blasphemie. Zu diesem Zeitpunkt saß Graf Emmerich gerade am Tisch der französischen Delegation und war gelinde gesagt quick lebendig. Ich verstehe, sagte Holmes und erhob sich. Damit sind wir auch schon fertig. Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen. Verzeihen Sie die Belästigung. Said Pascha stand ebenfalls auf und verabschiedete sich mit einer Verbeugung. Salam Alaikum. Mas Alaikum Salam, erwiderte Holmes und begleitete unseren ersten Gast zur Tür. Als er sie geschlossen hatte und zurück zum Tisch gekommen war, fragte er, nun Watson, was halten Sie davon? Ein exotischer Mann, antwortete ich. Zweifellos könnte er ein Interesse an der mutmaßlichen Tat haben. Aus der politischen Konstellation am Balkan könnte sich durchaus ein Motiv ergeben. Auch kann ich mir gut vorstellen, dass in der türkischen Delegation kriegerische Leute, Yanicaren, Assassinen oder dergleichen sind, die darin ausgebildet wurden, einen Menschen Spur und lautlos verschwinden zu lassen. Gewiss, erwiderte Holmes nachdenklich. Doch ist der Großvisier offenbar ein gläubiger Mann, der nach einem gottgefälligen Leben strebt. Es ist schwer vorstellbar, dass kriminelle Taten zu seinem politisch-diplomatischen Repertoire gehören. Nichtsdestotrotz wollen wir die osmanische Delegation auf der Liste behalten. Als nächstes möchten wir aber den Vertreter Frankreichs zu uns bitten. Wenige Minuten später erschien bereits unser zweiter Gesprächspartner, den wiederum ein deutscher Beamter zu uns geführt hatte. Es handelte sich um Alphonse Condron de Courcel, den Leiter der französischen Delegation, seines Zeichens auch Botschafter Frankreichs in Berlin. Wir wollen es kurz machen, begann Holmes das Gespräch. Wie Sie wissen, untersuchen wir den Verbleib des österreichischen Gesandten Graf Emmerich. Hatten Sie gestern Kontakt zu ihm? Aber natürlich, antwortete Condron. Er saß eine Zeit lang an unserem Tisch. Ich hoffe inständig, dass ihm nichts zugestossen ist, denn er ist ein ganz formidabler Bursche. Wie meinen Sie das? setzte Holmes fort. Wir haben uns gut unterhalten, erzählte der französische Botschafter. Graf Emmerich ist ein Freund unseres Rotweins und ein ausgezeichneter Kenner. Auch ist er sehr belesen. Wir unterhielten uns über Voltaire und Rousseau. Daneben weiß er äußerst amüsante historische Anekdoten zu erzählen. Kennen Sie etwa die Geschichte des Berliner Usarenstreichers so köstlich? Wir sind darüber informiert, erwiderte Holmes. Wie lange saß der Graf an ihrem Tisch? Condron dachte kurz nach und sagte dann, ach, das waren nur 15 Minuten, aber Emmerich sprach wie ein Wasserfall. Man muss hinzufügen, der Wein und unser Cognac hatten ihm die Zunge einigermaßen gelockert. Er trank übermäßig? fragte Holmes. Oh mein Gott, entgegnete Contrant gelassen. Das ist Ansicht Sache. Wir kennen einander schon recht gut und ich denke, Emmerich kann einiges vertragen. Gab es irgendwelche Konflikte an ihrem Tisch? wollte Holmes dann wissen. Nichts Ersthaftes, antwortete der Botschafter. Nach dem dritten Glas Cognac beschwert sich Emmerich gerne über die Abtrennung Tirols vom österreichischen Kaiserreich im Suge der Revolutionskriege. Aber das ist nur Spaß. Ich sage ihm dann immer, er müsse die verantwortlichen in München suchen, nicht in Paris. Und gegen elf Uhr, vermutete Holmes, hat der Graf ihren Tisch schon wieder verlassen. Ganz recht, bestätigte Contrant. Er stand auf, drehte sich im Kreise und kündigte dann an, er würde nun den Bären reizen. Holmes legte die Stirn in Falten. Was meinte er damit? Contrant lachte kurz und erklärte dann, er ging zum Tisch der russischen Delegation. Pyotr Alekseevich Kapnist Diplomat aus St. Petersburg war der höchste Repräsentant Russlands auf der Berliner Konferenz. Er trat uns in militärischer Uniform gegenüber. Holmes begann die Befragung recht direkt, indem er in den Raum warf, Sie haben doch nicht etwa den österreichischen Delegationsleiter verschwinden lassen, oder? Kapnist blieb ungerührt und reagierte mit einer einigermassen befremdlichen Gegenfrage. Haben Sie seine Leiche gefunden? Nein, antwortete Holmes. Nun denn, erwiderte der Russe, keine Leiche, kein Verbrechen. Holmes zog unwillkürlich die rechte Augenbraue nach oben und stellte die naheliegende Frage, hätten wir denn eine Leiche finden müssen? Kapnist verzog immer noch keine Miene und erklärte, wenn wir jemanden verschwinden lassen, wie Sie es formulieren, dann gibt es auch keine Leiche. Die Ocherana arbeitet grünlich. Die unaufgeforderte Erwähnung des zaristischen Geheimdienstes förderte nicht gerade unser Vertrauen. Doch Holmes ließ sich nicht anmerken und setzte fort, als Detektiv wie als Chemiker interessiere ich mich naturgemäss für das perfekte Verbrechen. Wie würden Sie denn einen Körper spurlos verschwinden lassen? Ohne mit der Wimper zu zucken, antwortete der russische Diplomat, Influss Säure auflösen und in die Spree kippen, ganz einfach. Allmählich machte ich mir ernsthafte Sorgen um das Wohlergehen von Graf Emmerich. Holmes aber fragte schlichtweg, Und ist der vermissten Person dies widerfahren? Kapnist hob gleichgültig die Schultern. Das weiss ich nicht. Wenn es jemand getan hat, dann verdient er jedenfalls meinen Respekt. Der Graf ist ein impertinenter, hinterhältiger Mann. Sein Tod wäre kein Verlust. Sie und Ihre Delegation haben also selbstverständlich nichts mit der ganzen Sache zu tun? stellte Holmes fest. Wann haben Sie Graf Emmerich denn zuletzt gesehen? Das war gestern auf dem Empfang kurz nach 11 Uhr, erklärte der Diplomat. Der Graf kam wankenden Schrittes an unseren Tisch. Offenbar war er nicht mehr ganz nüchtern. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, sich eigenmächtig an unserem Krimsekt zu vergreifen. Er stammelte ein paar Worte in seinem miserablen Russisch und versuchte sich dann auf eine peinliche Weise im Gazachuk. Er tanzte? fragte Holmes ein wenig überrascht. Den Kosaken tanz, bestätigte Kapnist. Doch bei der zweiten Brisiatka fiel er zu Boden. Und was ist danach geschehen? Sie haben ihm wohl wieder auf die Beine geholfen, vermutete Holmes. Der russische Delegationsleiter ließ ein dunkles Lachen vernehmen, dann meinte er, nein, dieses würdelose Schauspiel war unter unserem Niveau. Doch ihr Botschafter Edward Mallet eilte herbei und half dem Grafen auf. Auf seine Schulter gestützt, humpelte er dann zum Tisch der britischen Delegation. Das ist alles. Mehr ist aus unserer Sicht nicht geschehen. Und mehr habe ich auch nicht zu sagen. Bald nachdem uns Kapnist grußlos verlassen hatte, erschien auch schon Mr. Mollet. Er bestätigte die russische Version der Ereignisse und fügte hinzu Graf Emmerich verblieb nur wenige Minuten an unserem Tisch. Genug Zeit, um sich mit einem doppelten Scotch zu stärken. Er steckte seinen kleinen Unfall gut weg, bedankte sich für die Hilfe und zog dann weiter an den Tisch der Italiener. Mir scheint, meinte ich, der Graf unternahm eine interessante Rundreise durch die internationalen Delegationen, dass jede aber auch noch nationale Spirituosen anbieten musste, ist ein seltsamer Brauch. Das ist ganz normal, erwiderte Mullet. Als Diplomat benötigt man eben eine gute Konstitution. Jedenfalls, sagte Holmes, dürfte der Graf auch keine Gelegenheit ausgelassen haben, sich bei bestimmten Delegationen unbeliebt zu machen. Mullet nickte. Gewiss, er ist als Provokateur bekannt, doch zumeist sind es nur harmlose Späße. Trotzdem gibt es natürlich im Hintergrund handfeste politische Konflikte. Am Balkan kämpfen die Österreicher mit den Osmanen und den Russen um die Vorherrschaft. Es geht um den Zugang zum Mittelmeer und schlussendlich natürlich auch um die Kontrolle des Bosporus und der Dardanellen. Aber da spielen wir auch mit, zumindest indirekt. Ich murmelte mehr für mich. Offenbar haben wir jetzt schon mehr Verdächtige als wir brauchen. Wir sind noch nicht einmal durch mit allen Delegationen. Mollet stand auf und erklärte, ganz recht, Dr. Watson, es ist verworren und es gibt diverse Möglichkeiten. Doch es wäre von größter Wichtigkeit, diesen Fall zu lösen. Nachdem ihre Tarnung aufgeflogen ist, stehen wir den Deutschen gegenüber gemissermaßen in der Pflicht. Geben Sie sich Mühe, beeilen Sie sich, auch für das Empire geht es um viel. Mit diesen Worten verließ uns unser Botschafter, um sich wieder seinen Angelegenheiten zu widmen. Schließlich sollte bereits in wenigen Stunden die Kongo-Konferenz eröffnet werden. Eduardo Delaunay vertrat in Berlin die Interessen des Königreichs Italien. Er war ein erfahrener, schon etwas älterer Diplomat mit weißem Haar. Auf seinen österreichischen Kollegen war er nicht allzu gut zu sprechen. Graf Emmerich kam etwa 15 Minuten nach 11 an unseren Tisch, erzählte er, offenbar mit dem alleinigen Ziel, unseren Krapper auszudrinken und bizarre Kriegsdrohungen auszustoßen. Kriegsdrohungen? fragte Holmes. Das erscheint mir doch ein wenig rabiat. Das ist es auch, erwiderte Lourne. Der Graf war sich jedoch sicher, die österreichische Armee würde Venezien schon bald zurück erobern. Außerdem warf er uns vor, den Kirchenstaat aufgelöst und den Papst in Geiselhaft genommen zu haben. Und überhaupt, Garibaldi sei mehr ein Straßenräuber als ein Freiheitskämpfer gewesen. Stellen Sie sich das vor! Ich verstehe, meinte Holmes. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ich lasse mich doch nicht von diesem Kerl beleidigen, rief Lourne empört. Also habe ich angekündigt, unsere Truppen würden das Kaiserlich König hierher im Handumdrehen aufreiben und Italien würde das Trentino bis zum Alpenhauptkamm Istrien und Dalmatien besetzen. Das entspricht aber auch nicht gerade diplomatischer Zurückhaltung, stette Holmes lächelnd fest. Unsere Wiederauferstehung ist noch nicht beendet, entgegnete Lournay. Das römische Imperium wird sich von neuem erheben und über den Erdkreis herrschen. Angesichts dieser Übertreibung konnte ich mich nicht zurückhalten und warf ein, bitte informieren Sie die britische Regierung, wenn es soweit ist. Wir werden uns dann selbstverständlich hinter den Hadrianswall zurückziehen und ihren Legionären die angestammte britannische Provinz überlassen. Bevor der italienische Delegationsleiter darauf reagieren konnte, strafte mich Holmes mit einem ernsten Blick und meinte »Verzeihen Sie den englischen Humorexzellenz, er ist für Außenstehende nicht immer verständlich.« »Schon gut«, antwortete Lournay. »Ich habe mich wohl auch ein wenig zu sehr hineingesteigert. Das ist die Schuld von Graf Emmerich. Der macht es einem wirklich nicht leicht, Haltung und Fassung zu bewahren.« »Es gab also ein Wort Gefecht«, setzte Holmes fort, »einen Disput inklusive militärpolitischer Drohungen. Und was ist dann geschehen?« »Was denken Sie?« erwiderte Lournay lächelnd. »Das, was immer geschieht. Schließlich sind wir Diplomaten. Wir haben uns bei einem Glas Chianti versöhnt.« »Das ist alles?« setzte Holmes nach. »Ja«, bestätigte der italienische Gesandte. »Der Graf verabschiedete sich überschwänglich, indem er mich ungefragt auf beide Wangen küste und danach ging er weiter zum schwedischen Tisch. Zu diesem Zeitpunkt war es gewiss schon halb zwölf vorbei.« Das Vereinigte Königreich von Schweden und Norwegen wurde auf der Konferenz durch Baron Gilles Bild repräsentiert, der auch Botschafter in Berlin war. Ein langjähriger Parlamentarier, Offizier und Diplomat aus Göteborg. »Es wundert mich nicht, dass Graf Emmerich in Schwierigkeiten geraten ist«, meinte er sogleich am Beginn unseres Gespräches. »Dafür hat er wohl ein besonderes, zweifelhaftes Talent. Trotzdem wollen wir hoffen, dass er wohlbehalten gefunden wird.« »Sie haben sich gestern zu fortgeschrittener Stunde noch mit ihm unterhalten, wenn ich richtig informiert bin«, stellte Holmes fest. »Es war schon bald Mitternacht«, antwortete Bild. »Als der Graf an unseren Tisch kam, er war merklich betrunken, bestand aber nichts desto trotz darauf, unseren Aquavid zu probieren. Dann wurde es jedoch befremdlich. In wie fern?« fragte Holmes. Bild atmete tief durch. »Der Graf setzte sich direkt neben meine Gattin und verwickelte sie in ein eher zudringliches Gespräch, ein höchst unpassendes Verhalten. Er machte ihr vor ihren Augen Avancen?« meinte Holmes. »Allerdings«, bestätigte Bild, »wir mussten ihn höflich bitten, unseren Tisch zu verlassen.« »Höflich bitten?« wiederholte Holmes mit fragendem Blick. »Ehrlich gesagt«, setzte der schwedische Botschafter fort, »weigerte sich der Graf zu gehen. Meine Mitarbeiter mussten ihn mitsamt seinem Stuhl forttragen, wogegen er natürlich heftig protestierte. Es kam zu einer kleineren Handgreiflichkeit, aber nichts Ernstes.« »Und dann?« fragte Holmes weiter. »Ein amerikanischer Delegierter kam vorbei,« antwortete Bild. Er hatte die Situation beobachtet und nahm sich des Grafen an, indem er uns versicherte, er würde uns nicht mehr belästigen. Und so war es auch. Ich habe Graf Emmerich danach nicht mehr gesehen. Vermutlich hat er zu diesem Zeitpunkt das Kanzlerpalais verlassen.« Holmes wurde hellhörig. »Ein amerikanischer Delegierter?« rief er. »Welcher war es?« »Sie haben vielleicht schon von ihm gehört?« meinte Bild. »Es handelte sich um den berühmten Forscher Henry Morgan Stanley. »Ja, den kennen wir. Besser als uns lieb ist«, sagte ich mit einem Seufzen und warf Holmes einen entsprechenden Blick zu. Als wir wieder alleine waren, versuchten wir unsere Erkenntnisse zu sichten. »Wenn Mr. Bild recht hat«, begann ich, und Graf Emmerich tatsächlich um Mitternacht den Empfang verlassen hat, aber neben Hotel angekommen ist, dann kann alles Mögliche passiert sein. Draußen auf der Straße könnte ihm jemand aufgelauert, ihn überwältigt oder gleich niedergestreckt haben. Je nachdem, ob es sich um ein politisches Attentat oder nur um eine kleine persönliche Abreibung gehandelt hat. Die Liste der potenziellen Täter ist ebenfalls lang. In Frage kommen jedenfalls die Türken, die Russen, die Italiener oder die Schweden. Oder auch eine andere Delegation, mit der wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich bin mir sicher auch bei den Dänen, Belgier, Niederländern, Spanien oder Portugiesen, hat der österreichische Botschafter einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch es sind nur ein paar Schritte vom Kanzlerpalais hierher zum Reichshof, entgegnete Holmes. Das ergibt wenig Zeit und Raum auf einer auch zu späterer Stunde belebten Straße, einen Mann zu entführen oder zu töten und den Leichnam fortzuschleppen. Wir müssen auch andere Abläufe in Betracht ziehen. Es hilft wohl nichts, mein lieber Watson. Wir werden nicht umhinkommen, uns vertrauensvoll an Mr. Stanley zu wenden, auch wenn dieser nicht gerade zu unserem engsten Freundeskreis zählt. Offenbar war er der Letzte, der mit Graf Emmerich definitiv Kontakt hatte. Wir entnahmen der Liste, die uns die Rezeption auf Bismarcks Anweisung überlassen hatte, dass auch Stanley hier im Hotel Reichshof nächtigte. Rasch entschlossen wir uns, nun unsere Suite zu Sonnendirekt aufzusuchen. In der dritten Etage klopften wir wenige Minuten später an die Tür mit der Nummer 205. Drinnen waren Schritte zu vernehmen und nach einigen Sekunden öffnete uns Stanley die Tür. Er stand im Morgenmantel vor uns und schien tatsächlich überrascht zu sein. Mr. Holmes, Dr. Watson, rief er voller Erstaunen aus. Was machen Sie in Berlin? Ich nahm mit Genugtuung zur Kenntnis, dass zumindest der amerikanische Auslandsgeheimdienst nicht so gut informiert war wie die preußische Geheimpolizei. Guten Morgen, Mr. Stanley, erwiderte Holmes. Wir sind im Auftrag von Reichskanzler Bismarck hier. Dürfen wir wohl eintreten? Doch Stanley versperrte uns demonstrativ den Weg in sein Zimmer. Darf ich erfahren, worum es geht? fragte er. Wir ermitteln im Fall des Verschwindens von Graf Emmerich, Delegationsleiter von Österreich-Ungarn, erklärte Holmes. Uns wurde gesagt, dass Sie gestern als letzte Person mit ihm auf dem Empfang gesprochen haben. Graf Emmerich ist verschwunden, meinte Stanley verwundert und wirkte abermals durchaus glaubwürdig. Nun, ja, ich habe gestern tatsächlich kurz mit ihm gesprochen, das stimmt, gleich nach der Auseinandersetzung mit der schwedischen Delegation. Holmes nickte. Wir wissen davon, worüber haben Sie sich unterhalten? Stanley zögerte einen Augenblick, dann erzählte er, zunächst musste ich den Grafen beruhigen, denn er wollte den schwedischen Botschafter zu einem Duell auffordern. Es gelang mir, diese absurden Ansinnen zu unterbinden. Wir setzten uns an den Tisch unserer Delegation, ich schenkte ihm ein Glas Böben ein. Emmerich kalmierte sich, dann wurde er wieder unternehmungslustig. Er fragte mich, wo man sich in Berlin richtig amüsieren könnte, denn diese Feier sei nur für bonierte Wichtigtouren stocksteife Greise. Aber was meinte der Graf mit richtig amüsieren? fragte Holmes. Er hatte doch schon genug getrunken. Aber Mars wartete Stanley mit einer Antwort, dann meinte er, Sie müssen wissen, das ist eine etwas bekannte Frage. Den Grafen verlangte es nach Gesellschaft, weiblicher Gesellschaft. Holmes machte ein völlig verständnisloses Gesicht, daher äußerte ich die passende Vermutung. Er war auf der Suche nach käuflicher Liebe, wenn ich recht verstehe. So ist es, bestätigte Stanley. Er wollte noch ein Bordell aufsuchen. Der ungarische Graf sank gerade einigermaßen in meiner Achtung, doch besann ich mich rasch wieder auf das Wesentliche. Und was haben Sie ihm gesagt? setzte ich nach. Wofür halten Sie mich? rief Stanley empört. Ich bin noch kein Zuhälter. Sie wissen selbst am besten, was Sie sind, Mr. Stanley, entgegnete ich. Und ich traue Ihnen so ziemlich alles zu. Also, raus damit, wenn ich bitten darf. Stanley atmete tief durch und sagte dann in Ordnung, meine Herren, ich bin Ihnen wohl ohne dies noch etwas schuldig. Zugegebenermaßen gab ich dem Grafen eine Adresse hinter dem Stadtbahnhof am Alexanderplatz. Es handelt sich um ein Etablissement für Herren der gehobenen Gesellschaft mit dem Namen zum Blauen Engel. Ich verstehe, murmerte Holmes, der sich wieder ins Gespräch einschaltete. Und Graf Emmerich hat sich dorthin begeben? Das ist anzunehmen, antwortete Stanley. Kurz nach Mitternacht hat er sich verabschiedet und die Feier verlassen. Holmes und ich sahen einander an. Wir wussten, dass wir uns nun schleunigst zum Alexanderplatz aufmachen mussten. Davor hatte ich jedoch noch etwas zu erledigen. Danke für die Auskunft, Mr. Stanley, sagte ich. Keine Ursache, erwiderte dieser. Ich freue mich übrigens, Sie beide gesund und in Freiheit zu sehen. Ich hätte es mir nie verziehen, wenn Ihnen in Brüssel etwas zugestoßen wäre. Sie haben uns an die Polizei verraten und unserem Schicksal in einem belgischen Kerker überlassen, erwiderte ich scharf. Sie werden verstehen, dass wir Ihnen das doch ein wenig übel nehmen, wenn Sie erlauben. Das dürfen Sie nicht persönlich nehmen, Dr. Watson, antwortete Stanley ruhig. Es ging nur ums Geschäft. Ums Geschäft? fragte ich laut. Na gut, dann ist es wohl an der Zeit, die offenen Rechnungen zu begleichen. Mit einem ansatzlosen Faustschlag mitten ins Gesicht streckte ich Stanley nieder. Jetzt sind wir quitt, stellte ich fest, drehte mich um und ging rasch in Richtung Stiegen. Dass mir meine Schlaghand nun starke Schmerzen bereitete, ließ ich mir nicht anmerken. Holmes folgte mir nach kurzem Zögern, während Stanley, ein weiteres Mal ehrlich überrascht, mit blutender Nase unter dem Türstock saß. Bismarck hatte dem Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai angewiesen, uns bei den Ermittlungen sachlich zu unterstützen und uns ein entsprechendes Schreiben aufgesetzt. Daher begaben wir uns nun auch in einer der komfortablen Offizierskutschen, die vor unserem Hotel samt Fahrer bereitgestellt waren, zum Alexanderplatz. Es war inzwischen 10 Uhr vormittags und die Straßen Berlins waren dicht bevölkert und belebt. Wir kamen trotzdem rasch voran und standen bald vor dem fraglichen blauen Engel. Offenkundig war das Etablissement nun geschlossen. Trotzdem hämmerte Holmes unverdrossen gegen die Milchglastür. Aufmachen! Polizei! rief er in beinahe akzentfreiem Deutsch. Nach einer Minute öffnete endlich ein junger Mann, der in der Lokalität offenbar mit Aufräumarbeiten beschäftigt war. Was gibt das denn? fragte er, sichtlich müde nach einer vermutlich schlaflosen Nacht. Wir haben ihr erschlossen. Guten Tag! Wir ermitteln im Auftrag der Reichsregierung, erklärte Holmes ohne Umschweife. Er zog ein Porträtfoto des Grafen Emmerich aus seiner Tasche und präsentierte es dem Mann. Wir suchen diesen Herrn. Er soll sich während der vergangenen Nacht in ihren Räumlichkeiten aufgehalten haben. Der Mann betrachtete das Bild und antwortete rasch, ach ja, dat ist der verrückte Unger. Ja, Herr Inspektor, der war hier, allerdings nicht lange. Nicht lange? wiederholte Holmes und zog eine Augenbraue nach oben. Wenn ich mich richtig erinnere, erklärte der junge Mann, dann ist er so gegen ein Uhr aufgetaucht. Er hat mit dem Geld nur so um sich geworfen, den Darm Sekt spendiert und sich als ungarischer Graf ausgegeben. Doch dann wurde er seltsam. Auf der Toilette dürfte er plötzlich eine Art Erleuchtung gehabt haben. Als er zurückkam, gab er sich schlagartig als frommer Katholik und beschimpfte uns als Sünder. Schließlich mussten wir ihn an frische Luft setzen, denn Predigen dieser Art können wir hier nicht hier brauchen. Das dürfte etwa um zwei Uhr gewesen sein. Ich verstehe, sagte Holmes. Danke für Ihre Mitarbeit. Der Mann verschwand wieder hinter der abermals verschlossenen Tür. Holmes drehte sich einmal im Kreis und deutete dann in Richtung Stadtzentrum. Der Graf wird diesen Weg genommen haben, stellte er fest. Nachdem er offenbar zwar immer noch betrunken, aber zumindest moralisch wieder bei Sinnen war, machte er sich gewiss auf den Heimweg, und zwar zu Fuß, wie es sich für einen reugen Sünder gehört. Vielleicht ist ihm dann etwas zugestoßen, mutmaßte ich. Womöglich ist ihm jemand aus dem Bordell gefolgt, der gesehen hat, dass der Graf viel Bargeld bei sich trug. Mir scheint, erwiderte Holmes, ich habe auf der anderen Seite des Bahnhofs ein Wachzimmer gesehen. Vielleicht sollten wir dort einmal nachfragen, ob es vergangene Nacht besondere Ereignisse gegeben hat. Obgleich es mir unwahrscheinlich erschien, dort tatsächlich einen Hinweis auf Graf Emmerichs Aufenthalt zu erhalten, machten wir uns auf den Weg. Keine fünf Minuten später betraten wir die Wachstube der Berliner Polizei am Alexanderplatz. Der diensthabende Beamte empfing uns mit den Worten »Guten Morgen, die Herren, was kann ich für Sie tun?« »Guten Tag«, erwiderte Holmes, »mein Name ist Sherlock Holmes, beratender Detektiv und dies ist mein Mitarbeiter Dr. John Watson.« Wir warteten drei, vier Sekunden, doch der Polizeibeamte schien noch nie von uns gehört zu haben und reagierte nicht darauf. Als Holmes dies klar wurde, setzte er fort. »Wir ermitteln im Auftrag des Reichskanzlers in einem vermissten Fall.« Plötzlich lachte der Wachmann lautlos. »Und nach wenigen Sekunden schlagartig wieder ernst.« Dann zog er Bismarcks Empfehlungsschreiben aus der Tasche und legte es auf den Tresen. Der Beamte warf einen Blick darauf und erstarrte. »Verzeihen Sie, meine Herren«, stammelte er, »ich konnte doch nicht ahnen, dass...« »Schon gut«, unterbrach ihn Holmes. Abermals zückte er die Fotografie von Graf Emmerich und legte auch diese dem Polizisten vor. »Wir sind auf der Suche nach diesem Herrn.« Sofort schlug sich der Beamte mit der flachen Hand auf die Stirn. »Aber den kenne ich doch. Haben Sie ihn gesehen?« fragte Holmes. »Gesehen?« meinte der Polizist. »Er ist hier, hier am Wachzimmer. Folgen Sie mir.« Holmes und ich warfen einander verwirrte Blicke zu, dann liefen wir dem Beamten hinterher, der in den hinteren Bereich des Gebäudes stürmte. Vor einer Gefängniszelle blieb er stehen. »Hier, sehen Sie selbst!« sagte er, ein wenig außer Atem. Auf der Pritsche in der Zelle lag ein Mann im Frack, die Kleidung schmutzig und teilweise zerrissen, das Haar zerzaust. Er rührte sich nicht und stank fürchterlich. »Wir kommen zu spät,« stellte ich langsam fest. »Er ist tot!« »Aber nein!« antwortete der Wachmann. »Der schläft nur seinen Rausch aus!« »Er schläft seinen Rausch aus?« fragte ich ungläubig. »Natürlich!« erwiderte der Beamte. »Der Kerl hat gestern ganz ordentlich getrunken. Und wie kam er hierher, wenn ich fragen darf?« warf Holmes ein. Der Polizist zögerte kurz, dann berichtete er, »Ein Kollege hat den Herrn gestern auf der Straße festgenommen, als er öffentlich seinen Notdurft verrichtete.« Ich musste lachen. Kaum zu glauben, Graf Emmerich ist die ganze Zeit im Polizeigewahrsam, weil er auf der Straße uriniert hat? »Nicht einfach auf der Straße«, verbesserte der Polizist. Er hat das Denkmal von Friedrich dem Großen beschmutzt. Eine Ungeheuerlichkeit, die wir nicht ungeahndet lassen konnten. Jedoch war der Delinquent bislang nicht wirklich ansprechbar. Was machen wir jetzt mit ihm? Holmes lächelte vertraulich und antwortete, »Sie werden es nicht glauben, aber bei Ihrem Häftling handelt es sich um einen ranghohen österreichischen Diplomaten. Wenn Sie erlauben, bringen wir ihn nun zurück ins Reichskanzlerpalais, wo Fürst von Bismarck gewiss schon recht ungeduldig auf seine Ankunft wartet. Wir ließen unseren Polizeiwagen vor dem Wachzimmer vorfahren und der Beamte und ich trugen den weitgehend bewusstlosen Grafen von der Zelle nach draußen, wo wir ihn auf die Rückbank verfrachteten. Mehr als ein gelegentliches Stöhnen oder einzelne Worte in ungarischer Sprache waren nicht zu vernehmen. Dann ging es zurück in die Wilhelm Straße, wobei wir uns dafür entschieden, Graf Emmerich in unser Hotelzimmer zu bringen und nach Bismarck schicken zu lassen. Als der Reichskanzler in unserer Suite erschien, war es beinahe Mittag, nur zwei Stunden vor der planmäßigen Eröffnung der Konferenz. Graf Emmerich schlummerte inzwischen auf dem Sofa in unserer Lodgier und gab durch laute Schnarchen zumindest deutliche Lebenszeichen von sich. Bismarck bemühte sich sogar um ein freundliches Lächeln, als er eintrat. Ich gratuliere, meine Herren. Wie ich hörte, haben Sie den Fall gelöst und den österreichischen Botschafter wohlbehalten zurückgebracht. Wo ist er denn? Ich will ihn sehen. Holmes deutete mit einem Nicken auf die Couch-Garnitur, die hinter uns an der Wand stand, worauf Bismarck ein wenig zurückschrag. Es geht ihm doch gut, fragte er. Ich habe den Grafen eingehend medizinisch untersucht, antwortete ich, und es dürfte eine leichte Alkoholvergiftung vorliegen. Ansonsten nur ein paar Schrammen, die auf das Konto der schwedischen Delegation, eines Bordellbesitzers und der Berliner Polizei gehen dürften. Bismarck näherte sich dem schlafenden Grafen und meinte, er sieht ja furchtbar aus und er stinkt, so kann er nicht zur Eröffnung der Konferenz kommen. Das wird auch kaum möglich sein, erwiderte ich sofort. Dafür ist Graf Emmerichs Körper zugeschwächt, er kann sich kaum auf den Beinen halten, außerdem hat er immer noch eine erhebliche Menge Restalkohol im Blut. Sie meinen, fragte der Reichskanzler argwünisch, der Kerl ist immer noch betrunken? Gewissermaßen, ja, bestätigte ich, Wahrnehmung, Denken und Motorik werden noch länger beeinträchtigt bleiben. Bismarck kniff die Augen zusammen und meinte, Papala Pap, wecken Sie ihn auf, das kann ich aus medizinischen Gründen nicht empfehlen, entgegnete ich. Dr. Watson, herrschte mich der Kanzler an, hier steht mehr auf dem Spiel, wecken Sie den Grafen auf oder soll ich es tun? Ich ging zu meinem Patienten und hielt ihm ein Riechfläschchen unter die Nase. Wachen Sie auf, sagte ich so sanft wie möglich. Doch Bismarck fehlte hierfür die Geduld. Er trat hinzu und schlug dem Grafen rechts und links auf die Wange. Aufwachen, Emmerich, rief er und wiederholte den Vorgang. Tatsächlich kam der Graf zu sich, griff sich kurz auf die schmerzenden Wangen, rieb sich die Augen und entdeckte dann den über ihn gebeugten Reichskanzler. Sofort begann er zu lächeln und mit singendem Unterton zu sprechen. Otto, Otto, du elender Gauner, du bist auch hier, wie schön, das wollen wir feiern. Dann wandte sich der Graf an mich und rief, Herr Ober, noch eine Flasche Wertlinjer für mich und meinen alten preußischen Freund. Wir sind keine Freunde, versuchte Bismarck den Grafen zu belehren, doch der begann den Radetzky-Marsch des älteren Johann Strauss zu summen. Hören Sie sofort damit auf, setzte der Kanzler seinen Befehlsreigen fort. Stehen Sie auf, Herr Gott, Sie sind immerhin Repräsentant des Kaisers von Österreich und des Apostolischen Königs von Ungarn. Sie müssen sich jetzt auf den Konferenzbeginn vorbereiten. Graf Emmerich hörte mit dem Summen auf und sah Bismarck mit ernstem Gesicht an. Ach, darauf habe ich keine Lust, erklärte er und begann zu lachen. Wo bleibt der Wein? Ich zog Bismarck am Arm beiseite und flüsterte ihm zu. Sehen Sie, es hat keinen Sinn, Graf Emmerich ist nicht in der Lage der Konferenz beizuwohnen. Der Kanzler ging zum Tisch und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Was für eine Blamage, jammerte er, dass mich diese Österreicher immer so blamieren müssen, saufen, singen, scherzen, das ist alles, was von denen zu erwarten ist. Wie kann man da geordnete internationale Politik machen? Ich bin mir sicher, versuchte ich Bismarck zu beruhigen, dass der Patient am zweiten Konferenztag wieder auf den Beinen und geistig vollständig bei Sinnen sein wird. Aber das ist zu spät, rief der Kanzler verzweifelt. Wenn der österreichische Delegationsleiter nicht wenigstens der Eröffnungszeremonie beiwohnt, so wird das nicht unbemerkt bleiben. Es könnte Gerüchte und Skandale geben. Stellen Sie sich vor, die Presse erfährt, was der Graf letzte Nacht alles angestellt hat. Die ganze Konferenz könnte scheitern. Ach, hätte der Graf nur einen nüchternen Zwillingsbruder. Holmes war bislang in einiger Entfernung gestanden, scheinbar unbeteiligt. Nun kam er jedoch zum Tisch, betrachtete den wieder eingeschlafenen Grafen und inspizierte dann akribisch mein Gesicht. Schließlich sagte er, ich wüsste da vielleicht eine Lösung. Ich hatte eine böse Ahnung und machte eine abwehrende Handbewegung. Nein, Holmes, nein, denken Sie, nicht einmal daran. Doch Bismarck hatte bereits begriffen. Er sprang auf, näherte sich mir auf wenige Zoll und blickte mir ins Gesicht. Erstaunlich, meinte er. Eine grundsätzliche Ähnlichkeit ist gegeben, Mr. Holmes. Sie sind doch ein Experte für Maskerade und Verkleidungen. Halten Sie es tatsächlich für möglich, aus Dr. Watson einen ungarischen Grafen zu machen? Ich meine, diesen ungarischen Grafen? Holmes lächelte selbstbewusst. Natürlich, die Vorlage liegt auf dem Sofa. Für eine Nachbildung auf Wotzens Oberfläche benötige ich lediglich etwas Farbe, Kautschuk, Wachsklebstoff, Barthaare und Perückenteile, die ich zusammenfügen kann. Die magiarische Kleidung wird uns gewiss die österreichische Delegation zur Verfügung stellen. Der deutsche Reichskanzler schöpfte endlich wieder Hoffnung. Wunderbar, rief er. Sie sind aber meist unsere Rettung. Danke, Mr. Holmes, und auch danke, Dr. Watson, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Wir haben nur knapp zwei Stunden Zeit. Also los. Ich fügte mich, denn jeder Widerstand war zwecklos. Tatsächlich gelang es Holmes, aus mir ein erstaunliches Ebenbild von Graf Emmerich zu formen. Und so betrat ich um exakt zwei Uhr nachmittags an der Spitze der österreichischen Delegation als vermeintlicher Graf Emmerich den großen Festsaal des Kanzlerpalais. Niemand schöpfte Verdacht. Im Gegenteil. Der französische Kollege winkte mir freundlich, der türkische Großvisier rümpfte die Nase und die Gattin des schwedischen Botschafters zwinkerte mir zu. Otto von Bismarck konnte ohne Verzögerung und ohne weitere Komplikationen die Kongo-Konferenz offiziell eröffnen. Es war ein längerer Festakt mit diplomatischen und politischen Ansprachen. Als er endlich zu Ende war, zog sich die österreichische Delegation rasch zurück, um sich auf die kommenden Aufgaben in den nächsten Tagen vorzubereiten. An diesen war auch der echte Graf Emmerich wieder in der Lage, seinen Platz einzunehmen. In der Zwischenzeit hatte Außenminister Gustav Kalnjoki ein Telegramm aus Wien geschickt, das eine scharfe Zurechtweisung für den Grafen enthielt. Tatsächlich mäßigte der österreichische Botschafter in Berlin in der Folgezeit seinen Alkoholkonsum und trug verantwortungsvoll zum Gelingen der Konferenz bei. Für Holmes und mich war eine weitere Teilnahme an der Konferenz, wie sie im Rahmen der britischen Delegation geplant gewesen war, nun freilich nicht mehr möglich. Wir hatten unsere Tarnung verloren und trotz unserer erfolgreichen Tätigkeit bei der Suche nach Graf Emmerich ersuchte uns Bismarck höflich um unsere baldige Abreise aus Deutschland. Eine Bitte, der zumindest ich nur allzu gerne entsprach. Abreise Der 、「 Leu a 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 Vielen Dank.